Was ist ein Kalium-Empfindlichkeitstest? Ein Kalium-Empfindlichkeitstest ist ein medizinischer Untersuchungstest, den Urologen häufig Patienten empfehlen, von denen sie vermuten, dass sie an einer interstitiellen Blasenentzündung leiden. Interstitielle Zystitis ist eine Erkrankung der Blase, die wiederkehrende Symptome hervorruft, ähnlich wie bei Harnwegsinfektionen. Die Symptome können jedoch nicht erklärt werden, da keine bakterielle Infektion gefunden wird. Es gibt verschiedene Diagnosetests, die zur Bestimmung der Ursache von Schmerzen und Beschwerden im Becken- und Harnweg verwendet werden können. Ein Kalium-Empfindlichkeitstest ist ein einfacher Test, mit dem festgestellt werden kann, ob IC die Ursache für Symptome ist. Ein Arzt kann einen Test auf Kalium-Empfindlichkeit empfehlen, wenn ein Patient bei wiederkehrenden Gelegenheiten ähnliche Symptome wie eine Harnwegsinfektion aufweist und Labor-Urinkulturen keine bakterielle Infektion zeigen. Der Test kann im Büro durchgeführt und von einer registrierten Krankenschwester durchgeführt werden. Die Fertigstellung dauert nur 20 bis 30 Minuten und erfordert keine Anästhesie. Ein Kalium-Empfindlichkeitstest beinhaltet das Einführen der Blase in zwei sterile Lösungen durch Injektion in einen Katheter. Sowohl Wasser- als auch Kalium-Lösungen werden getrennt in den Katheter injiziert. Anschließend werden Vergleiche basierend darauf gemacht, ob der Patient Schmerzen, Brennen oder andere Beschwerden empfindet oder nicht, während die Lösung in der Blase oder danach verbleibt. Wenn ein Patient an einer IC leidet, entwickeln sie häufig dieselben Schmerzen, dieselbe Dringlichkeit oder dasselbe Unbehagen, das sie aufgrund des Kaliums immer wieder empfinden. Dieser Test kann bei der Diagnose oder dem Ausschluss von IC hilfreich sein, da bei Patienten mit IC-Blasen mit beschädigter Auskleidung vermutet werden. Wenn das natürliche Kalium in Urin durch die Niere und in die Blase gelangt, sickert das Kalium in Risse in der beschädigten Blasenschicht, was die klassischen Symptome der Dringlichkeit des Hahns, der Häufigkeit, der Schmerzen und der Beschwerden verursacht. Ein Test auf Kalium-Empfindlichkeit hilft daher festzustellen, ob Kalium tatsächlich die Symptome verursacht, und zu bestimmen, ob eine visuelle Untersuchung der Blase, eine sogenannte Zystoskopie, erforderlich ist. Viele Ärzte sind der Meinung, dass ein Kalium-Empfindlichkeitstest bei der Diagnose bestimmter Harnwegserkrankungen hilfreich ist, während andere davon überzeugt sind, dass die Zystoskopie definitiver ist. Einzelne Meinungen sind von Arzt zu Arzt unterschiedlich, aber beide Tests sind einfach und mit sehr geringem Risiko verbunden. Eine Infektion ist das größte Risiko, das mit einem Kalium-Empfindlichkeitstest verbunden ist. Wenn der Patient bei der Einführung von Kaliumschmerzen und Beschwerden verspürt, kann eine Rettungsspülung verwendet werden, um die Schmerzen zu lindern.